so arthur's weihnachtskalender tag nummer sechs da ist da ich habe ihn auch schon gesehen ein moment erst mal gucken ob der auch nicht ob der auch jungfrei ist auch immer hier gutschein für eine für rückenschrubben ich muss baden und na gut dann bratsch morgen und draußen schneit wie die sau cool so das war all dach nummer sechs cool einmal rückenschrubben ja